Die meisten kennen bestimmt den Film der Pate, ist ja bis heute immer noch extrem beliebt und vielleicht wissen es einige nicht, davon gab es auch ein PS2 Game mit dem selben Namen und hier gab es sehr viele Schauspieler aus dem Film, die den Charakteren im Spiel ihre Stimme geliehen haben, nur Marlon Brando nicht. Denn dieser war zwar vorgesehen, seinen Charakter seine Stimme zu geben, nur war das wegen seiner körperlichen Verfassung leider nicht möglich gewesen, denn er ist sogar noch bevor das Spiel erschienen ist, verstorben. Es wurden zwar Sachen von ihm für das Spiel aufgenommen, aber die meisten Sachen konnte man einfach nicht verwenden, da sie qualitativ nicht wirklich gut waren und er nicht in der Lage war, körperlich viel mehr rauszuholen. Sie haben dann sogar einen Imitator angeheuert, um zu schauen, ob man es so realistisch wie möglich hinkriegt nachzustellen. Also hat man nur eine einzige richtige Szene, sag ich mal, die es mit dem Spiel geschafft hat von Marlon Brando und das ist die Krankenhausszene im Spiel, aber sonst leider nichts. Ich weiß nicht, dass es so realistisch ist, dass es wirklich unnötig ist. Ich weiß nicht, dass die totalen Familie diese Verkaufung in unsere Hände bringt. I Feel Good war eine Testanimation von der geplanten Shrek-Version, bevor es dann der Shrek wurde, den wir kennen. Das war noch der Shrek gewesen, der von Chris Farley gesprochen wurde, bevor es dann Mike Myers wurde. Und die Story brauche ich eigentlich nicht groß erklären. Shrek tanzt zu I Feel Good und kann den maskierten Angreifer, sagen wir, abwehren und in den Orbit befördern. Das war es eigentlich. Auf jeden Fall wurde dieses Tape Jeffrey Katzenberg vorgestellt, der Produzent von Shrek, und der fand diese Testanimation so scheiße, dass er einfach eins von den beiden existierenden Tapes wegschmiss von dieser Version. Und nachdem das Team, was die Animation machte, es ihm vorstellte, wurden die auch noch danach gefeuert, weil es so schlecht war. Und seit 1996 hatte man Jahrzehnte keine Spur davon gehabt, bis langsam aber sicher Clips auftauchten und seit 2023 sogar die ganze Animation auf YouTube. Also, falls ihr Bock habt, auch wenn ihr es im Hintergrund die ganze Zeit sehen konntet, zieht es euch gerne rein. J. Cole sprach 2018 davon, dass er und Kendrick ein Kollabo-Album planen würden, beziehungsweise an einem Konzept sitzen würden für ein Album. Nur bräuchte man darauf, nicht in nächster Zeit zu warten, sondern wenn es erscheinen sollte, dann erst irgendwann in Zukunft. Mittlerweile ist es sechs Jahre her und immer noch ist kein Kollabo erschienen. J. Cole meinte nur, dass es immer noch eine Möglichkeit ist, dass ein Album erscheinen könnte, aber mehr auch nicht. Das sagte er aber alles 2018, 2023, gab es aber neue News, wo J. Cole sagte, dass es auf jeden Fall Pläne gab, eins zu machen, nur es zeitlich nie ganz gepasst hat. Und es erscheint, als ob es jetzt zu spät wäre, eins zu machen und somit das ganze Ding Geschichte ist. Aber es wurden Sachen, auch wenn nicht allzu viel, für das Album gemacht und anscheinend auch aufgenommen. Nur wie viel genau und was exakt, ist schwer zu sagen, da es nie bekannt gegeben wurde. Er meinte nur noch, dass es jetzt nicht so ist, dass irgendwo ein Haufen von Songs rumliegen würden oder ein ganzes Album, auch wenn wirklich etwas dafür aufgenommen wurde. 2005 erschien Mortal Kombat Shaolin Monks und schon wenige Wochen später arbeiteten sie auch schon am Mortal Kombat Fire & Ice. Was im Prinzip Shaolin Monks 2 geworden wäre. Die Hauptcharaktere wären hier Sub-Zero und Scorpion gewesen, Fire & Ice erklärt sich auch von selber. Und ja, nur wenig später, Anfang 2006, war das Spiel auch leider wieder Geschichte gewesen. Denn es wurden sich durch ein neues Management neuen Projekten gewidmet und Fire & Ice blieb einfach auf der Strecke liegen. Man weiß, dass gewisse 3D-Modelle von zum Beispiel Sub-Zero und Scorpion für Spiele erstellt wurden und auch ein Prototyp-Level wurde kreiert, um die Performance auf der Xbox 360 zu testen. Nur hat man heutzutage von diesen Prototypen leider gar nichts, wenn dieser wirklich existierte. Nur diese Bilder, die ihr schon sehen könnt, aber mehr leider nicht, was echt schade ist. 2011 wurde ein Shacki-Spiel angekündigt und dazu wurde auch fast eineinhalb Jahre später eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Und sie sammelten sogar über 500.000 Dollar, um das Spiel zu finanzieren. Und sie hatten auch schon die Rechte, das Spiel zu machen, also soweit gab es keinen Haken. Nur brauchten sie ihrer Meinung nach mehr Geld, als das, was sie zur Verfügung hatten, um ein wirklich ihrer Meinung nach gutes Shacki-Game auf den Markt zu bringen. Also wurde das Spiel gecancelt, da sie eigentlich knapp eine Million wollten, aber im Endeffekt nur 585.000 eingenommen haben. Aber komplett für die Katz war das Spiel damit nicht gewesen, denn seit 2023 wurde es von Leuten irgendwie ausfindig und spielbar gemacht. All das Gameplay, was ihr im Hintergrund schon lange sehen könnt, ist von dem Game. Was zwar sehr eigen aussieht, aber finde ich persönlich nicht schlecht. Obwohl es nur, muss man sagen, ein Prototyp ist. Das muss man auch dazu bedenken. Daher denke ich mir, wenn sie es so weit mit dem Budget geschafft haben und es so, meiner Meinung zumindest nach, gut aussieht, hätten sie wirklich dranbleiben sollen und irgendwie versuchen sollen, das Ding auf die Beine zu stellen. Und ich persönlich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass es irgendwie nur an dem Geld lag, aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne einen Like und einen Subdauer, mich kostenlos zu unterstützen. Und folgt mir auch auf Twitch, Link ist in der Beschreibung, würde mich freuen. Kommentar die Tage live. Vielen Dank und ja, weiter mit dem Video. Es gibt nicht gerade wenige Episoden, die von Pokémon entweder mittlerweile gebannt oder nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen. Es gibt aber auch Episoden, wie in dem Fall 682 und 683, die einfach gar nicht erst released wurden. In den Episoden wäre es um die üblichen wie Ash und seine Truppe gegangen, Team Rocket, den Anführer von Team Rocket und auch in dem Fall Team Plasma. In den Episoden hätte sehr viel stattgefunden, wie das Zerstören von Städten, dass Pokémon krank werden, weil sie in Kontakt mit gewissen Gegenständen kommen. Und das war alles wohl zu ähnlich mit der Fukushima-Sache gewesen. Die erste Episode sollte am 17. März ausgestrahlt werden und das ganze Fukushima-Desaster war sechs Tage davor gewesen. Daher hat man das hier nie ausgestrahlt, weil es dieser ganzen Fukushima-Sache viel zu ähnlich war. Es wurde nur noch gesagt, dass die Episoden zwar in Zukunft ausgestrahlt werden sollen, nur ist das bis heute nicht passiert. Daher hat man nur ein paar Bilder und man weiß etwas vom Plot, aber da hört es eigentlich auch auf. Wie die geplante Serie auch genannt wird, weil ich kein Chinesisch kann, ich denke hier auch nicht. Reflection of Crescent, das sollte wie gesagt eine Serie werden, eine animierte Serie. Und es hätte in der Zukunft gespielt, wo Menschen und Dämonen irgendwie zusammengelebt hätten. 2010 gab es das erste Announcement, dass diese Serie hier erscheinen sollte. Und es wurde 2011 angepeilt für den Release. Und natürlich, wie man es nicht denken kann, erschienen sie dort nicht. Und man bekam erst wieder 2015, vier Jahre nach dem geplanten Release, ein Update. Dort wurde bekannt gegeben, dass das ganze Script fertig geschrieben wurde. Nur hat einen das auch nicht gebracht, weil kurze Zeit später, nachdem das mit dem Script bekannt gegeben wurde, das Projekt gecancelt wurde. Und das ohne wirklich bekannten Grund. Man weiß nur, dass das Projekt an ein anderes Studio abgegeben wurde. Aber von dem Studio, namens Seven Stone Studio, eben auch nicht zu der Serie kam. Und das bis heute. Man hat kleine Clips, einen Trailer und Bilder, aber mehr nicht. Torcaiser war der allererste Versuch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, einen eigenen, ja, Anime im Prinzip zu machen. Das erste Mal hat man auch 2013 von erfahren, wo man einen Trailer bekommen hat. Und dann hat man auch erfahren, dass es hier um einen Jungen namens Ahmed geht, der zwei Cyborgs in der Luft kämpfen sieht. Einer der Cyborgs wird niedergeschossen und nun ist Ahmed irgendwie involviert und muss wohl den Helden spielen. So habe ich das zumindest verstanden. 2014 bekam man dann auch den zweiten Trailer, wo man also sehen konnte, dass schon einiges für dieses Projekt gemacht wurde. Und es nicht nur irgendwie leere Worte waren in dem Fall. Aber nach dem Trailer wurde es einfach ruhig um das Projekt. Keine Updates, rein gar nichts. Und das auch bis heute. Einige gehen davon aus, dass ein Scheich, der vielleicht viel Geld dafür ausgegeben hatte, kein Interesse mehr an dem Projekt hatte und es so einfach begraben wurde. Aber man weiß wirklich nicht den genauen Grund. 1942 erschien der Film The Magnificent Ambersons, welcher mir rein gar nichts sagt. Glaube euch auch nicht, dafür ist er schon ziemlich alt. Aber den Film, den wir zu sehen bekommen haben, ist die heruntergecutte Version. Die originale Version ging 131 Minuten, die finale aber nur 88. Und es wurde noch ein Happy Ending mit eingebaut, was anscheinend in der Uncut-Version nicht der Fall gewesen wäre. Und das Ding ist, dass Orson Welles, der Director des Films, meinte, dass das geschnittene Material und der Film, wie er davor aussah, vor dem Schnitt, nicht mehr existiert. Und alles, ja, vernichtet wurde. Er meinte, er selber hätte sich gewünscht, dass die erste Version noch existieren würde, das aber leider nicht mehr der Fall ist. Und Fans wollen es trotzdem nicht so ganz wahrhaben und glauben der Aussage einfach nicht, die Welles tätigte. Denn es besteht wohl angeblich irgendwie die Möglichkeit, dass es noch eine Kopie der Version gibt. Denn Welles arbeitete an der originalen Version und die wurde vor einem Testpublikum vorgezeigt. Die fanden die Version wohl Müll und dann hat RKO, das Produktionsstudio hinter dem Film, das Ding runtergecuttet auf 88 Minuten. Und die originale erste Version soll noch an dem Ort existieren, wo Welles daran arbeitete. Und das war wohl in Brasilien gewesen. Das soll die Story hier hinter sein. Nur wirklich Handfestes gibt es dafür nicht. Es soll nur irgendwann in Zukunft eine Doku kommen, wo es auch darum geht, dass es versucht wird, die originale Version ausfindig zu machen. Nur ist diese bis jetzt noch nicht gemacht worden. Dead or Alive ist eine recht große Spielereihe, die in den Spieleheim im Jahr 96 anfing und dann 97 und 98 sogar auf Konsole verfügbar war. Und eigentlich sollte anscheinend ein Prequel namens Dead or Alive Code Cronus erscheinen. Und das irgendwann nach 2005, auch wenn es nie richtig bekannt gegeben wurde, hatte man erstens ein Interview von dem Creator von Dead or Alive gehabt, namens Itagaki. Und der meinte, dass eben Code Cronus ein Prequel zu Dead or Alive werden würde, was die Story von den Charakteren Ayaen und Kazumi erzählt hätte. Und man hatte noch etwas von dem Promomaterial gehabt, wo man auf diesem Bild hier, unten rechts das eingekreiste Bild, erkennen kann, dass es wohl geplant war. Nur ist es natürlich nie erschienen, da Itagaki leider Stress mit Tecmo, dem Spieleentwickler, hatte und die Company verlassen hatte. Daher weiß man nicht mal, ob überhaupt irgendwas Richtiges vom Spiel existiert oder nicht. 2010 wurde nur noch mal bekannt gegeben, dass das Spiel offiziell gecantelt wurde. Also war es anscheinend bis zu einem gewissen Punkt zwar eine Entwicklung gewesen, aber das war es auch. 2010 und 2012 sind die ersten beiden Epic-Mickey-Teile erschienen. Und darauf sollte auch fix der dritte Teil folgen, weil Warren Spector, der Creator der Reihe, eine Trilogie daraus machen wollte. Und der hatte auch schon eine Story für den dritten Parade gehabt. Und zwar hätte es gut sein können, dass der dritte Teil fast schon eine Art Musical hätte werden können. Auf jeden Fall ist es dazu nicht gekommen, weil Junction Point Studios geschlossen wurde und das nicht lange nach dem Interview von dem Typen. Und die waren eben für Epic-Mickey zuständig gewesen. Und haben tut man dazu leider gar nichts. 2001 wurde das Spiel Clonoa 2 released, erinnert mich irgendwie sofort an Sonic von dem Cover. Ich denke einigen von euch vielleicht auch. Auf jeden Fall sollte es für das Spiel angeblich eigentlich auch einen Gamecube-Port geben, da es nur für die Playstation erschienen ist. Warum ich gerade angeblich mit rangehangen habe, ist der Fakt, dass man keinen richtigen Beweis dazu hat, dass wirklich ein Gamecube-Port erscheinen sollte. Man hat nur in einem Magazinartikel die Anspielung bekommen, wo man darüber gesprochen hat, welche Titel so für die Gamecube-Konsole erscheinen sollten. Und darunter war wohl auch Clonoa 2 gewesen. Und angeblich wäre das Spiel auch auf der Gamecube-Konsole auch grafisch besser gewesen und einfach der Playstation 2 Version einen Schritt voraus gewesen. Nur wie gesagt, das war es eigentlich auch. Einige denken, dass es geplant war, aber gecancelt wurde. Da es nicht so gut auf der Playstation ankam, beziehungsweise das Franchise generell, war es nicht der Riesengeldbringer gewesen. Aber es kann eben auch sein, dass nie an einem Port für Gamecube gearbeitet wurde und das alles einfach nur irgendwie seinen Weg genommen hat. Ich bin echt einiges, aber kein Star Wars Fan. Aber Lego Star Wars auf der Playstation 2 hat schon Bock gemacht, muss man sagen. Damals in dem Fall sind Teil 1, 2 und 3 auch normal erschienen. Nur gab es für den dritten Teil ein Promo-MMO-Game, was 2011 erschienen ist, namens Lego Star Wars 3 The Clone Wars Beta. Dort konnte man wohl zu den verschiedensten Planeten im Star Wars Universum reisen und Minigames, wie anscheinend ähnlich aus COD, Capture the Flag spielen. Auf jeden Fall hatte Disney damals eben LucasArts, die für Star Wars zuständig waren, aufgekauft und das war im Jahr 2013 gewesen. Und damit sind auch alle laufenden Projekte auf Eis gelegt worden und damit auch dieses MMO. Man findet zwar viele Videos davon, aber auch wenn man auf die Seite mit Hilfe der Wayback Machine gelangen kann, fängt das Spiel an zu laden, aber man kann es einfach nicht spielen. Daher ist das MMO wohl für immer Geschichte. Wie so oft schon von gesprochen in den letzten Lost Media Videos, der Virtual Boy hat einen Haufen von Spielen, welche heute entweder gar nicht mehr aufzufinden sind oder nie erschienen sind. Und darunter eben auch Mario Kart. Nun ist das hier ein wenig anders, denn es ist nicht erschienen und man weiß nicht mal zu 100% ob es wirklich, ja, existiert. Denn es soll wohl eine Version von Mario Kart für den Virtual Boy in Entwicklung gewesen sein, ja. Aber den einzigen Beweis, den man das so hat, ist ein Artikel. Ich hoffe, ich finde den wieder. Und das war ein Artikel aus einem deutschen Magazin, wo Spiele aufgelistet wurden, die für den Virtual Boy gecancelt wurden. Und darunter war eben auch Mario Kart gewesen. Ring Susune ist eine Art animierte Sängerin, könnte man sagen. Sowas nennt man in dem Fall meine ich Vocaloid. Auf jeden Fall war dieser Charakter in einer Art Demophase gewesen. Denn diese sollte zusammen mit einem männlichen Counterpart namens Hibiki 2011 erscheinen. Was aber nicht passierte, daher ist ihre Voice Bank und die von Hibiki in dem Fall lost. 1997 sollte das Spiel Cabbage für die Nintendo 64 DD Konsole erscheinen. Und das wurde eben auch 1997 angekündigt. Und in dem Spiel ging es wohl um ein Wesen oder eine Kreatur namens eben Cabbage, um die man sich kümmern soll, füttern soll und so weiter. Und es wurde nicht einfach so aus dem Nichts angekündigt, sondern war laut Miyamoto davor schon 5 Jahre in Entwicklung gewesen. Und das war eben der Entwickler gewesen, der das behauptet hat. Und was auch ziemlich cool gewesen wäre, ist das Feature, dass selbst wenn man die Konsole ausgehabt hätte, das Spiel im Prinzip weitergelaufen wäre. Da es die echte Zeit getrackt hätte. Denn die Nintendo 64 DD hat eine intrigierte Uhr gehabt und davon hätte das Spiel eben Gebrauch gemacht. Aber nicht nur das, es hätte auch eine Möglichkeit gegeben, seinen Game Boy mit dem Spiel zu connecten und dann darüber irgendwie gewisses Zeug zu machen. Auf jeden Fall gab es eine Weile Ruhe um das Game und man hörte gar nichts davon, bis man im Jahr 2000 wieder News bekam. Denn dort gab ein anderer Entwickler namens Itui bekannt, dass man gerade versucht, das Spiel für die Space Wars 2000 spielbar oder anspielbar zu machen, um den Leuten was bieten zu können. Und ja, es kam leider nie was. 2006 hat Miyamoto nochmal gesagt, dass er es für sich als gecancelt festgemacht hat und meinte nur noch, dass gewisse Elemente aus dem Spiel für den Tendlocks benutzt wurden. Daher hat man leider nie wirklich richtige Bilder oder Videos vom Spiel bekommen, um sich wirklich einen richtigen Eindruck zu machen. Talking Zombieter war ein geplantes Spin-Off für Plants vs. Zombies gewesen, was eigentlich Richtung 2012 erscheinen sollte. Man weiß, dass der Plot des Spiels nicht sonderlich wichtig war und auch nicht wirklich einen richtigen Plot hatte, um ehrlich zu sein. Und das ist sehr ähnlich, wie das Spiel Talking Tom gewesen wäre. In dem Fall hätte man hier einfach nur eine Art Zombie als Haustier gehabt, mit dem du irgendwie interagieren hättest können. Auf jeden Fall ist der genaue Grund, warum das Spiel gecancelt wurde, nicht bekannt. Aber es wird davon ausgegangen, dass es Talking Tom zu ähnlich gewesen wäre, sodass ein paar Klagen reingeflattert sind. Aber dafür hat man keinerlei Beweise und vom Spiel an sich hat man an sich auch nichts außer dem Trailer. Nachdem 2007 Elf Bowling erschienen ist, sollte kurz danach auch Elf Bowling 2, das Sequel zum ersten erscheinen. Nur war das eben auch nur geplant und ist nie erschienen. Denn der erste Film war nicht wirklich ein Hit gewesen und kam nicht sonderlich krass an, was dazu führte, dass man damit rechnete, dass auch der zweite Teil in dem Fall nicht wirklich gut ankommen würde. Was auch Sinn macht, daher hat man nur einen Trailer und das war's. They Might Be Giants ist eine Alternative Rock Band, die 1982 an den Start ging und sogar bis heute noch Musik macht. Diese haben einige Jahre bevor sie an den Start gingen, einen Song aufgenommen namens Don't Worry Kiyoko, was ein Cover von Yoko Ono, der ehemaligen Freundin von John Lennon ist. Auf jeden Fall meinte John, einer der Member von They Might Be Giants im Jahr 1999, dass er das Tape habe, wo er und John, ja beide heißen John, diesen Song performten. Nur wollte er es irgendwie noch nicht öffentlich machen. 20 Jahre später wurde er nochmal danach gefragt und meinte nur, dass er nicht weiß, ob das Tape es bis heute überhaupt überlebt hat. Also ja, hat man es bis 2024 immer noch nicht zu hören bekommen. Und das wird man vielleicht auch niemals, je nachdem, wo sich das Tape gerade befindet. Falls ihr die WWE oder WWF verfolgt habt, sagt euch die Band Type-O-Negative vielleicht was. Denn diese hatten mal einen Theme-Song für Kane kreiert, Out of Fire, der leider nie benutzt wurde. Nur ein kleiner Funfact. Diese hatten 1994 einen Auftritt, wo sie unter anderem den unveröffentlichten Song If She Loved Me performt haben. Und das sollen sie danach auch noch ein paar Mal gemacht haben. Nur auch wenn sie den Song dann ein paar Mal live gespielt haben, ist er nie offiziell erschienen. Also die Studio-Version. Viele haben dann spekuliert, dass es auf dem Album Bloody Kisses drauf sein sollte, es aber nicht mit drauf geschafft hat. Nur wurde das Album 2009 re-released mit einer Bonus-CD mit anderen Content aus der Zeit, wo der Song wieder nicht mit drauf war. Und auch danach wurden verschiedene Alben und Projekte re-released und nirgends war der Song mit bei gewesen. Und auch noch nie hat ein Band-Member von denen irgendwas zu diesem Song gesagt. Daher ist es schwer zu sagen, was hier nun genau Sache ist. Terry Pratchett war ein britischer Schriftsteller gewesen, der 2015 verstorben ist. Dieser hatte einen Haufen Werke rausgebracht und auch noch sehr viele unveröffentlichte Sachen gehabt, auf zum Beispiel einer Hard Drive. Und er selber wollte, dass alles von seinen unveröffentlichten Sachen, nachdem er verstorben ist, zerstört wird. Wirklich alles. Auch wenn es noch einen Haufen gab. Es sollen sich angeblich auf dieser Hard Drive bis zu 10 komplette Novels befunden haben. Aber da alles zerstört wurde, was von ihm nicht veröffentlicht wurde, wird man nie erfahren, was genau da dran war und wie viel es genau gab. 1897 erschien das Buch oder der Roman Dracula von Bram Stoker. Nur eigentlich sollte es The Undead heißen. Nur ist er irgendwann auf den Namen Dracula gestoßen und benannte es dann einfach um. Auf jeden Fall wurde, bevor es zu Dracula umbenannt wurde, schon sehr viel dafür geschrieben, unter eben den Namen The Undead. Und das nicht nur ein, zwei Jahre davor, sondern schon 1880. Und die Version war um einiges anders als der Roman gewesen, der dann erschienen ist. Sogar das Ende soll in dem Fall komplett anders gewesen sein als das erschienene Werk. Auf jeden Fall hat man eben von der ersten Version nur Bruchteile. Und auch wenn über die Jahre einiges mit dazu kam, was man irgendwie ausfindig machen konnte, fehlen immer noch minimum die ersten knapp 100 Seiten. John Lennon, wissen denke ich die meisten, war ein Mitglied der Beatles gewesen, soll angeblich am Tag seines Odds etwas aufgenommen haben, ein Tape um genauer zu sein. Nur sollen auf diesem Tape sehr seltsame und schmerzhafte Sachen aufgenommen worden sein, so dass Jack Douglas, der war ein Freund und natürlich auch Musikproduzent von John gewesen, dieses Tape zerstörte. Und er will nichts weiteres dazu sagen, außer dass es eben seltsam und schmerzhaft war. Und da es zerstört wurde, hat niemand einen Plan, was nun wirklich drauf war, was gesagt wurde und ob es zu 100% stimmt. Denn man hat nur die Aussage von Jack und sonst von niemandem auch nur irgendetwas. Nach all den existierenden Serien der Power Rangers sollte es auch eine Animation für Disney XD geben. Und für die, die es nicht wissen, weil ich wusste es auch nicht, Disney XD hat damals einfach Toon Disney ersetzt und hatte eine Zielgruppe von 6 bis 14-Jährigen. Auf jeden Fall hatte man davon mitbekommen, da man einfach Infos auf einer Facebook Power Rangers News-Seite gesehen hat und so irgendwann auf die anscheinende Pilot-Episode gestoßen ist. Beziehungsweise ein Pitch der Pilot-Episode, der aber von dem Animationsstudio Nerd Corps ist. Und diese Pilot-Episode soll in Mitte bis späteren 2000ern als eben Pitch an Disney gesendet worden sein, von Nerd Corps. Und ab dem Zeitpunkt sind alles nur Hörnsagen und Spekulationen. Als Beispiel, jemand, der mal an den Power Rangers mitgearbeitet hat, beziehungsweise die Musik dafür machte, nun weiß man nicht, welches Power Rangers gemeint ist, meinte, er bekam mit, dass es eine animierte Serie in Richtung 2007 geben sollte. Dann gibt es einen Typen auf DeviantArt, der behauptete, dass er sogar von Disney angeheuert wurde für diese besagte animierte Power Rangers Serie und noch viele andere Sachen. Aber ja, man weiß bis heute nicht wirklich, was hier dahinter steckt und man hat handfest wirklich nur diesen Pitch, wo man aber nicht weiß, was die hundertprozentige Story dahinter ist. Los Notos war ein peruanischer, eigentlich eher kinderbezogener Fernsehsender, der nur knapp ein Jahr lief und da liefen eben die verschiedensten Shows von South Park bis hin zu ganz anderen Sachen. Und von den jeweiligen Shows, wie in dem Fall South Park, gab es dann auch den Latin Dub, also in Spanisch. Nur findet man heutzutage genau von dem Dub von damals, 2000 und 2001, nur noch Bruchteile bis hin zu eigentlich gar nichts. 1968 erschien der Film Yellow Submarine von den Beatles und davon sollte es ein Remake geben, woran sogar Disney mitbeteiligt gewesen wäre. 2009 wurde er bekannt gegeben und erscheinen sollte der Film schon 2012. Nur wurde Image Movers Digital damals von Disney geschlossen, wo der Film eben produziert worden wäre, was dazu führte, dass Robert Semeckis, der der Produzent des Films gewesen wäre, versuchte den Film irgendwo anders unterzubringen, was aber nie was wurde. Und kurz nachdem er dann 2011 als gecancelt betitelt wurde, sagte Robert auch ein Jahr später, dass kein Interesse mehr darin besteht, den Film zu releasen. Daher hat man leider nur Konzeptarts, Testfootages, unfertige Animationen, sowas. Also war der Film, wie es aussieht, noch nicht sehr weit gewesen. Aber der Grundbaustein stand auf jeden Fall. Nur ist daraus halt nie was geworden. Shuzo Giyoku ist ein PC-Game, was im Jahr 2000 erschienen ist. Und wie eigentlich so gut wie jedes Spiel, hatte auch dieses einen Soundtrack oder mehrere Soundtracks gehabt. In dem Fall hatte das Spiel drei ganze gehabt, wovon zwei auch bekannt sind. Nur einer jedoch nicht. Und zwar der Song Frontal Attack. Der wurde in einer Prototyp-Version von 1999 benutzt, als Art Boss-Song der ersten beiden Stages. Nur gab es jahrelang über den Song keine Infos, wie er geklungen haben soll oder sonst was. Bis man irgendwann ein Video von der Prototyp-Version aus 1999 ausfindig machen konnte, wo der Song inkludiert ist. Und da das Spiel eben die ganze Zeit am Laufen ist, während der Song spielt, kann man den Song kaum klar erkennen. Und komplett released wurde der Song bis heute immer noch nicht. Final Fantasy ist sehr wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Und 2004 kam ein japanisches Mobile-Game hierzu heraus, namens Before Crisis. Aber nur für den Former-Service in Japan. Also damit auch nur im japanischen Raum spielbar. Um dieses Spiel aber auch spielen zu können, bräuchte man auch ein Abo bei Final Fantasy Mobile. Und da dieser Service 2018 abgeschaltet wurde, war dann natürlich auch vorbei gewesen. Es gibt keine Backups oder sonst was von dem Spiel. Und auch vielen anderen Sachen, die es gab über diesen Service. Aber für die, die es interessiert, weiß man zumindest etwas über die Story. Man hätte hier den Charakter Turks gespielt. Und die Story hätte vor Final Fantasy 7 gespielt. Man hätte auch zurückkehrende Charaktere gehabt. Nur welche sind mir nicht bekannt. Ansonsten hat man nur noch knapp 20 Minuten an Videomaterial vom Spiel. Und wahrscheinlich wird das auch alles bleiben, was man hat. Hier ist es ein wenig kompliziert, das erkläre ich euch aber gleich. Denn angeblich sollte es ein Game Boy Advance Port von FIFA 2002 geben, kurz nachdem FIFA 2002 erschienen ist. Es gibt wohl auch einen Cover-Art und das Spiel wurde auch auf Seiten zum Verkaufen gelistet. Auf jeden Fall, wenn es stimmt, dass es ein Port hätte geben sollen, dann wäre es das allererste FIFA-Game für eine Handheld-Konsole gewesen. Also Game Boys und so weiter. Nur gab es nie die offizielle Bestätigung, dass zum Beispiel das Cover-Art, was es für den Port gab, wirklich offiziell war. Und nicht nur eine Verarsche. Weil viele davon ausgehen, dass irgendein Random ein Cover kreierte, was es irgendwie in den Amazon-Store geschafft hat, damit man es nicht anschauen konnte. Ohne es wirklich zu kaufen. Also bis heute hat man keine Ahnung, ob es wirklich ein Port hätte geben sollen, geschweige, ob überhaupt an einen gedacht wurde. Denn man hat gar keine Infos. Ja, also so wie ich es verstanden habe, geht es hier wirklich nur um ein Foto, wo der verstorbene Rapper XXX einfach Geld in der Hand hält. Und man hat nur eine Version von diesem Foto, wo man nicht sieht, dass er Geld in der Hand hält. Ja, was daran so besonders ist, weiß ich jetzt nicht. Aber naja. Wladimir Putin und seine Familie waren 1992 zum Urlaub machen, nach Finnland geflogen. Und unter anderem wurde auch er vor Ort aufgenommen. An sich wurde nichts Besonderes aufgenommen. Einfach er wurde aufgenommen, seine Familie, wie sie einfach irgendwelche Sachen unternommen hatten, was gegessen haben. Also wirklich Standardsachen. Auf jeden Fall ging das Tape circa 12 Minuten. Und heutzutage hat man einfach nichts mehr davon. Es waren mal ein, zwei Clips von diesem Tape im Umlauf gewesen. Nur mittlerweile sind die einfach runtergenommen worden von YouTube. Also hat man nur noch einzelne Bilder und das war's. Und niemand weiß so ganz, warum nichts mehr davon verfügbar ist, geschweige, wo das Tape genau ist. Hier geht es wie im letzten Part schon ein paar Mal um ein Screamer-Video, was nicht mehr verfügbar ist. Hier sah man das Video von dem Gummy Bear Song, nur auf Ungarisch. Und nach 24 Sekunden kommt wie so oft einfach der Kaffee-Zombie, der laut am Schreien ist. Und dann ploppt die Message, die ich jetzt eingeblendet haben werde, auf. Vielleicht kann sich einer an so ein Schock-Video auf YouTube erinnern. Keine Ahnung. Es spielte sich auf jeden Fall 2007 ab. Und von dem, was ich herausfinden konnte, wurde es wohl ziemlich gehatet, sag ich mal, weil sehr viele Kleinkinder den Anfang des Videos gesehen haben und dann den Schock ihres Lebens bekommen haben. Daher löschte es der Creator auch kurze Zeit später, obwohl er es eine vierte Million Aufrufe hatte. Was gerade für die damaligen Verhältnisse ziemlich krass ist. Aber wegen der Kritik mit den kleinen Kindern und so weiter, löschte er es, wie gesagt, und daher hat man eben nichts mehr davon. Lil Wayne und T-Pain wollten 2009, 2010 deren Mixtape T-Wayne rausbringen. Das wurde aber erstmal nichts, da es einige rechtliche Probleme auf Lil Wayne Seite gab, die erstmal geklärt werden mussten. Die ganzen Tracks für das Tape waren schon 2009 aufgenommen, konnten aber erst 2017 released werden, aber immerhin erschien das Tape mit allen Songs danach, daher war es gefunden, beziehungsweise released worden. Es gibt eine brasilianische Sängerin namens Xuxa, wenn man die so ausspricht, und diese hat ein unveröffentlichtes Album namens Talk To Me. Es wären aber keine normalen Songs geworden, sondern englische Versionen von schon vorhandenen portugiesischen Songs, die sie schon gesungen hat. Also eine Art Neuauflage in Englisch im Prinzip. Mit nur einem einzigen komplett neuen Song, nämlich der, der so wie das Album heißt, Talk To Me. Es gibt aber verschiedene Gründe, weswegen das Album dann nicht erschienen ist, unter anderem ein Krankenhausaufenthalt von ihr, oder dass die Ratings ihrer Showsha ziemlich gedroppt sind, und das Album auch dazu diente, diese zu promoten. Das waren alles Gründe gewesen, weswegen das Album dann gecancelt wurde, aber immerhin hat man mittlerweile zwei Songs, Do Say, und den einzigen komplett neuen Song, Talk To Me. Aber bei dem Rest sieht es eher schwer aus bis jetzt. Stickdeath.com war eine Website, die 1996 gelauncht wurde, welche ihr vielleicht auch kennt. Die Seite hatte nämlich solche Stick Figure Games, Stick Figure Animation und ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall wurde die Seite im Mittel oder gegen Ende der 2000er offline genommen, daher kann man zum Beispiel die Spiele nicht mehr spielen, und nicht mehr offensichtlicherweise auf die Seite zugreifen. 2013 wurde sie zwar wiedergebracht, unter dem Namen Stick Death Reborn, aber die wurde dann auch 2016 wieder offline genommen. 2020 aber wurden einige Games, Animationen und anderes Zeug, ja, archiviert. Und nach und nach kommen wohl immer mehr Sachen dazu, die archiviert werden. Aber da fehlt noch einiges. Aber immerhin hat man schon mal einige Games und einiges an Stuff, auch wenn wie gesagt immer noch sehr viel fehlt. Ich habe in einem anderen, ich weiß leider nicht mehr genau welchen, Lost Media Part über das geplante Spiel Mario Takes America gesprochen, was als TDI erscheinen sollte, aber eben nicht erschienen ist. Und anscheinend sollte es auch eine Sonic-Version geben, denn der Plan war es gewesen, dass wenn sie rechtliche Probleme haben würden, mit dem Charakter Mario, sie auf Sonic zurückgreifen könnten. Nur konnte ich jetzt nichts Konkretes finden, was darauf schließen lässt, dass wirklich das Spiel schon so gut wie stand oder so, wie bei Mario Takes America. Aber das ist auch nicht allzu wichtig, sage ich mal, da sie anscheinend nur Sonic anstatt Mario gehabt hätten und rein gar nichts am Game geändert worden wäre. Im Prinzip wäre hier nur Mario rausgerendert worden, Sonic rein und das war's. Donkey Kong Parking Attendant soll ein angebliches Arcade-Game gewesen sein, denn Stefan Radosh, der war der Executive Producer für die Zelda und Mario Games auf der CDI gewesen, sprach davon, dass Sega sich irgendwie die Rechte von Donkey Kong schnappte und dass er, Stefan, mit daran beteiligt war und geholfen hat, ein Arcade-Game mit dem Charakter Donkey Kong zu machen. Nur gibt es wirklich 0,0 Beweise, dass dieses Spiel wirklich existiert oder sonst was. Auch YouTube-Kanäle, die versuchen sowas aufzudecken um verschiedene Seiten, sind der Meinung, dass er das Spiel mit einem anderen gecancelten Spiel vielleicht verwechselte, in dem Fall mit dem Sequel zu Kongo Bongo. Aber das Spiel, wovon er redete, existiert auf jeden Fall nicht und scheint auch nicht auch nur ansatzweise die Rede davon gewesen zu sein, dass da irgendwas in Produktion war, was in die Richtung ging. 1926 gab es die allererste Fernsehübertragung, könnte man sagen. Dort wurde ein Bild von einem Raum in den anderen Raum übertragen. Natürlich nicht wie heute, aber es war ja auch erst der Anfang gewesen. Und da es noch Jahre später gefühlt unmöglich war, Sachen aufzunehmen und festzuhalten, bis die ganzen Geräte eben erfunden wurden, ist natürlich auch hiervon der allerersten Übertragung jemals nichts in der heutigen Zeit am Start. Erklärt sich auch von selber. 1990 erschien das Spiel Adidas Championship Football, wozu es dann auch kurze Zeit später ein Atari ST-Port geben sollte. Nur ist diese einfach nie erschienen aus unbekannten Gründen und wirklich weitere Infos hat man einfach nicht. In den 60ern war in Japan Bowling ein ziemlich gehyptes Ding gewesen. Nachdem der Hype davon aber langsam verflog, waren die Bowlinghallen Anfang der 70er so gut wie ausgestorben gewesen. Also dachten sie sich was Neues aus, um die Hallen zu füllen. Und zwar im Prinzip Schießstände mit Laserwaffen, die sogar von Nintendo entwickelt wurden. Es spielte einfach ein Video ab und dann musste man Lehmtauben abknallen. Und das hat auf jeden Fall funktioniert. Und füllte auf jeden Fall die Hallen. Und das führte auch dazu, dass Nintendo den Weg in die Artcake-Game-Industrie gefunden hat. Nur gab es dann 1973 die Ölkrise, die Japan gehittet hat. Und unter anderem das so führte, dass weniger Leute zu den Ständen kamen. Nur war dieses Konzept damit nicht tot gewesen, denn auch wenn diese Version dann tot war im Prinzip, entwickelte Nintendo eine kleinere Version von dem System, wo dann auch das Spiel White Gunman erschienen ist. Aber von der allerersten Version hat man heutzutage gar nichts mehr. Gegen Ende des 2008 kamen neue Lego-Sets auf den Markt, wo man auf der Verpackung sehen konnte, dass ein Spiel angekündigt wurde, nämlich Lego Razors The Video Game. Was halt so seltsam war, man hatte kaum Infos darüber gehabt, man wusste nicht, wer das genau entwickelt, für welche Plattform es erscheinen würde oder sonst was. Also Marketing hat jetzt nicht so reingeschallert. Aber 2013, knapp 5 Jahre später, hatte man die ersten wirklichen, konkreten Infos gehabt. Wo ein Entwickler Bilder leagte von Lego-artigen Autos, was ihr schon sehen könnt. Diese wurden von Fireband Games produziert, wovon der Kerl, der das geleakt hat, eben ein Teil von war. Und das alles wurde für ein unveröffentlichtes Game produziert, das sagte zumindest der Typ. Er sagte auch noch, dass es für den DS und wie man herausfinden konnte, für die Wii-Konsole erschienen wäre. Aber da hört es auch auf. Richtig konkrete Sachen hatte man leider nie bekommen. Hierbei geht es einfach um ein Online-Flash-Screamer-Game, denn es gab 2016 ein Turnier, wo Leute einen Screamer-Spieler stellen sollten und dieses Gewinner-Spiel ist hier eben gemeint. Was im Prinzip eine modifizierte Version von Super Mario Bros. 3 ist und wenn du hier eben an einem gewissen Punkt ankommst, erscheint Reagan von The Exorcist und ja, gibt dir einen Jumpscare. Und das war's auch. Dieses Spiel ist heute eben nicht mehr verfügbar und ob das irgendwann wieder auftaucht, ist schwer zu sagen. Der originale Film heißt übersetzt The Poison Flat und der kommt aus Mexiko und A Bullet for Billy the Kid ist einfach das Remake dazu. Nur wollte man der Remake-Version noch was Besonderes geben, damit man sich sicherer sein kann, dass dieser auch kommerziell gut ankommt. Also packte man einfach den Charakter Billy the Kid in den Film und man schoss auch noch einige Szenen, die man im Prinzip mit den Originalen aus der mexikanischen Version zusammen mischte. Und daraus entstand dann einfach die amerikanische Version. Auf jeden Fall wurde die Remake-Version 1963 released, nur ist seitdem nicht mehr wirklich was vom Film zu finden. Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, sind rechtliche Probleme. Da Jerry Warren, der Producer von dem Remake, dafür bekannt war, die Originalversion eines Films zu nutzen und nur Szenen dazu reinzuschneiden oder zu ersetzen. Wie hier bei dem Remake. Im Prinzip wäre es dann zum Beispiel 60% von dem originalen Film mit den originalen Szenen gewesen und er hätte einfach irgendwelche Szenen zugeschnitten. Und das hätte er dann als sein Werk verkauft. Aber wirklich genau weiß man es hier nicht. Es soll wohl ein Narcos-Film im Jahr 2008 oder 2009 geplant gewesen sein. Es wäre in dem Fall aber kein Riesen-Hollywood-Film geworden oder so, sondern ein dominikanischer Film. Es gibt hier halt so gut wie gar nichts, was konkret darauf hinweist, dass so ein Film wirklich erscheinen sollte. Man hat einen Artikel aus einer Zeitschrift, wo der anscheinend geplante Regisseur Mickey Bretton davon sprach, einen Film zu produzieren, wo es um den Drogen schmuggelt und alles, was dazugehört geht. Und angeblich soll er auch laut dem Typen, der den Zeitschriftenartikel schrieb, Szenen gezeigt haben. Aber da hört auch das Wissen auf. Man hat sonst wirklich nichts. Und da Mickey im selben Jahr 2009 verstorben ist, wird man auch nicht mehr allzu viel darüber erfahren. So wie ich es verstanden habe, geht es hier anscheinend um sechs Episoden der Science-Fiction-Serie Quartermax Experient, welche die Serie Doctor Who inspirierte. Und in der Serie geht es grob um einen Professor namens Bernard Quartermas, der darauf wartet, bis ein Team, was im All war, wieder zurück auf die Erde kehrt. Und nachdem die Rakete, womit sie zurückkommen sollten, auf der Erde landete, kann er sehen, dass zwei Leute des Teams vermisst sind und man keine Spur von denen hat. Natürlich könnte ich noch mehr von der Story erzählen, aber das wäre viel zu viel. BBC wollte dann alle sechs Episoden irgendwie auf Tape festhalten, so dass sie nicht verloren gehen und man sie lagern kann. Nur hatten die aufgenommenen Sachen so eine schlechte Qualität, dass man es einfach gelassen hat. Man hat in dem Fall also nur Episode 1 und 2, heutzutage, die man sich auf DVD oder sonst wo anschauen kann. Die anderen fehlen jedoch nicht, außer zum Beispiel die Scripts und ja, Adaptionen, was wie das Original ist, aber eben nicht das exakte Original. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und einen Sub, um mich kostenlos zu unterstützen. Folgt mir gerne auf Twitch, bin dann demnächst live und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.